Diese begnadeten Aliens sind schlauer als jeder Mensch. Wer weiß, welches Spiel sie mit uns spielen. Wirf es nicht weg, das kann ich ganz einfach verticken. In diesem Ding ist ein instabiles, graues Loch. Du bist ein instabiles, graues Loch. Ab rein. Manchmal denke ich, ich bin der einzige Schlaupion, der diesen Planeten verlassen will. Was geht ab? Wir sind Aliens. Macht Platz am Tisch. Weißt du, Terry, alle Nachbarn hassen uns. Wollt ihr Jungs ein paar Erdnussbutterkekse? Oh, sie bedroht uns. Ich drehe durch. Hey Leute, coole Kopfhörer, was hört ihr denn da? Die Podders sitzen hier, klar? Ich könnte ein Pod werden. Wir sitzen zwar auf diesem Planeten fest am Rande eines Massenaussterbens, geplagt von einer Spezies, die die Umwelt zerstört, aber wenigstens haben wir noch einander. Böder Puber. Widerlich. Wieso seziert ihr eure Klassenkameradin? Sie war in der Schule gemein zu uns. Ich werde euch krass verprügeln. Wem wollte ich in den Arsch treten? Macht weiter, bis sie wieder cool ist. Wow, es macht sie tatsächlich dümmer. Ich kann nicht glauben, dass die Menschen dieses Zeug trinken. Was hat mich versäumt? Ich dachte, du wolltest keine Kinder mehr schrumpfen. Die sind alle erwachsen. Sie lieben es. Gute Nacht, Hausmeister. Was sollen wir jetzt tun? Wir könnten die Leute zwingen, uns zu mögen. Mit den besten Grüßen von Corvo. Oh mein Gott, ich kann meine Beine spüren. Ich habe Beine. Aber sie sind schwitzelsteuernd. Gern geschehen. Und��, ich bin der Schmer. Ich bin der Schmer. Ich kann die Leute zwingen. Ich bin der Schmer. Ich bin der Schmer. Du solltesten. Das ist ein Schmer. Ich bin der Schmer. Untertitelung des ZDF, 2020